Smart zeigt mit dem Concept No. 5 erstes 800-Volt-Modell. Smart hat mit dem Concept No. 5 ein Elektro-SUV mit 800-Volt-Technik vorgestellt, das mit Allradantrieb und Offroad-Fahrmodus ausgerüstet ist. Das Smart Concept No. 5 ist ein Elektro-SUV, das schon fast ein Geländewagen ist. Es hatte am 25. April auf der Internationalen Automobilausstellung in Peking Weltpremiere und ist das bisher größte Fahrzeug in der Produktpalette des Herstellers. Das Konzeptauto ist mit Allradantrieb, Geländereifen und Offroad-Fahrmodus ausgestattet. Es wird so nicht zu kaufen sein, sondern soll eine neue Richtung für die Marke aufzeigen. Ausgestattet mit LiDAR und einem NVIDIA Drive Oren soll das Fahrzeug ein weitgehend autonomes Fahren ermöglichen. Welches Level es erreicht, teilte der chinesische Hersteller nicht mit. Der vordere und hintere Unterfahrschutz, die versteckte integrierte Winde, die klappbare hintere Trittstufe für den Zugang zum Dach und ein beleuchteter Dachlampenbalken zeigen, dass es kein reines SUV ist, sondern auch im Gelände fahren soll. Im Innenraum befinden sich zwei 13-Zoll-OLED-Bildschirme, die von einem AMD V2000-Chip angetrieben werden. Mittels KI an Bord sollen Fahrer und Passagiere den Assistenten im Auto in ein unterhaltsames Gespräch verwickeln können. Die Schnellladefunktion ermöglicht es, von 10 auf 80% in nur 15 Minuten aufzuladen. Die Akkukapazität soll mehr als 100 kWh betragen, was Reichweiten von über 550 km WLTP bieten soll. Die Serienversion des Concept No. 5 wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Der Preis ist unbekannt. Der Preis ist unbekannt. Untertitelung des ZDF, 2020